keine serie fesselt so viele zuschauer wie gzsz im vorabendprogramm auch über 30 jahre nach ihrem start bleibt die daily soap ein dauerbrenner und begeistert eingefleischte fans immer wieder aufs neue die rolle der alicia josefeng bressel hat sich längst zu einem echten publikumsliebling entwickelt vor allem ihr turbulentes liebesleben sorgt aktuell im kollekiez für gesprächsstoff wer in der folge vom 22 november genau hingesehen hat dem dürfte dabei ein entscheidendes detail nicht entgangen sein gzsz neue rolle wirbelt kollekiez auf bei gzsz steht alicias leben aktuell kopf nach der trennung von ihrem freund arne hat sie sich in berlin ein neues leben aufgebaut doch die emotionale achterbahnfahrt hört nicht auf zuerst zerbrach ihre beziehung zu carlos patrick fernandes nun folgte das liebes aus mit paul niklas osterloh doch es gibt eine unerwartete wendung statt eines neuen partners taucht nun alicias mutter sabine jessica bürs plötzlich im kollekiez auf mit der neuen rolle wirbelt rtl erneut die handlung von alicia auf denn der überraschende besuch sorgt nicht nur für freude sondern reißt auch alte wunden auf gzsz drama nimmt kein ende sabines anwesenheit bringt alicia in die bredouille sie kann sich nicht dazu durchringen ihrer mutter die wahrheit über die trennung von paul zu gestehen um das thema zu umgehen greift alicia zu einer notlüge doch das bleibt nicht unbemerkt ihr onkel tobias jan kittmann durchschaut die fassade in einer rtl mitteilung heißt es dazu alicia freut sich über den wenn auch sehr spontanen besuch ihrer mutter allerdings bringt sie es nicht über sich sabine zu erzählen warum paul schluss gemacht hat bei ihrer wohlfühl lüge wird sie von tobias ertappt sabine könnte dadurch eine größere rolle im leben ihrer tochter spielen und künftig noch mehr geheimnisse ans licht bringen alicias rolle im gzsz kosmos verspricht auch weiterhin jede menge zündstoff für kommende folgen wer die episode vom 22 november verpasst hat kann sie jederzeit in der rtl plus mediathek abrufen schluss Vielen Dank.